Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Holzerweb in der Holzer Tint zusammen mit den Boxen. Moin moin und frohes neues Jahr der Uwe. Ja wo, gleichfalls. Frohes frohes Neues? Bist du gut reingekommen? Ja, super. Ja, ich sage dir, ich liebe diese Fragen. Schön hier am 27.12. schon mal in die Kristallkugel gucken. Ist super. Ne, war super ruhig, oder? Wirklich krass. Ja, ne, das ist. Ja, neues Jahr, neues Glück. Wollen wir mal gucken, was das Jahr so für uns bereithält. Vielleicht ja doch noch ein Sieg auf der Holzer. Ja, komm, man muss auch einfach mal, ne, provokant. Ja, wer, 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 hör mal auf. Was wäre denn die Welt ohne Träume? Das stimmt. Also. Glaub, dann wären wir noch nicht an dem Punkt in der Menschheit, wo wir jetzt sind. Äh, geil. Einmal außen rum und es ist fertig, ne? Soll ich unser Grasfeld auch noch düngen oder sagen wir? Ja, aber ich glaube, das könnte eine knappe Nummer werden da. Ja. Vor allem mit 40 Metern Arbeitsbreite könnte das eng sein. Ich bin auch fertig. Nice. Auf der 31? Ja. Geil. Sehr gut. Ja, davor ist ja noch ein Grasfeld. Das gehört uns übrigens auch, ne? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das können wir, glaube ich, mal, ja, links liegen lassen. Das, das hätte ich jetzt auch tatsächlich erstmal links liegen gelassen. Ähm, und geguckt, wenn, wenn wir wirklich mal Zeit haben, weil für, für die Ziele brauchen wir halt einfach kein, kein Gras. Äh, haben wir eigentlich uns geeinigt, wo wir gerade bei Gras sind, weil ich gerade dran denke und die Zuschauer es ja total gerne schreiben. Brauchen wir Häckselgut? Ach so. Wir hatten gesagt, nein, ne? Ich glaube schon. Echt? Oder? Ah, ich... Komm, lass uns doch nochmal zu den, zu, zu Paul und Marc gehen und da nochmal fragen. Können wir machen. Okay, wir wünschen wir mal ein frohes Neues. Die Zeit verfliegt. Hallo. Oh, Gott. Frohes Neues. Frohes Neues, die Herren, ja, genau, sind sehr gut reingekommen. Hier der Überfall im neuen Jahr. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schön. War ruhig bei euch. Ja, ganz ruhig. Man darf ja nix. Man darf ja nix. Ja, aber ist ja auch mal nicht schlimm, oder? Ja, doch schon. Echt? Bist du sonst so der, der, der Böller-Typ? Och ja, so ein, zwei Raketen in die Luft jagen. Ja, okay, Raketen und Böller muss ich... Was? Ja, halt. Kanister sprengen. Ja, mag sein. Also ich spreng, ich sprenge Briefkästen, ja, aber Kanister ist... Moment, das ist noch viel schlimmer. Was? Briefkästen? Ja, normal. Oder Gulli-Deckel. Alles dabei. Ja, aber einen Gulli-Deckel sprengst du doch nicht hoch, dann macht halt einfach nur lauter ein bisschen Puff. Ja, erschreckt die Ratten und so, ne, weißt du? Ja, gut. Die Ratten erschreckt, ja, ja. Aber da reicht ja, wenn er einfach so vor die Tür geht, ja. Oh Gott. So. Okay, alles klar. Das war's jetzt. War ein nettes... Das war's jetzt komplett. War's, war ein nettes Jahr. Wir brauchen uns nicht mehr sehen lassen, Boxe. Ne, tut mir leid, aber das war eine Steilvorlage. Äh, Werner möchte... Boxe halt... Das war jetzt ziemlich flott. Voll ab. Naja, ich glaube, das war eher so gerade mal kurz auf die Escape-Taste gedrückt. Durch Zufall. Oh Gott. Das geht schon wieder viel zu schnell. Ja. Erntereif? Ich sehe nichts erntereif. Bei mir sinkt gerade alles nach. Ja, bei mir auch. Hallo. Servus. Kannst du mir mal so reinzufüllen, die starke Hand machen oder schickt mir den Bergungsdienst vorbei. Du, erstmal Ron, ne, frohes Neues und so. Frohes Neues, Ron, ne. Gutes Neues, Gutes Neues, Gutes Neues. Das gute Neujahr fängt das super an. Gutes Neues heißt das bei euch? Jo. Bei uns heißt es frohes Neues. Ich sage mal gesundes Neues. Gesundes Neues ist auch schön, ja. Mal was anderes zu droppen. So, ich sehe ein Box. Uwe, du fährst ein Alarm, gib Gas. Ja. Dankeschön. Oh weh, oh weh. Ja. Ich gehe mal kurz hoch. Bis später. Tschüss, danke. Was wollten die jetzt? Achso, wir wollten wissen, ob man Hexe gut braucht. Ja, braucht man. Ja, braucht man. Super, tschüss. Tschüss. Hallo. Grüße, darf ich mitnehmen? Äh, mitnehmen dürfen sie Gerste? Ja. 53.000 Liter? Die fehlen ihnen noch. Ja, warte mal. Ja. 53.000. Ich habe jetzt eine Handlinge voll. Sind 30.000. Ja. Dann hauen wir hier nochmal 23 drauf. Also 53 müssen es sein. Ja, ja, plus minus, ne? Also 47 hast du geliefert bekommen auf jeden Fall. Ja, 52, 500 habe ich, okay? Ja, ja, dann passt es für dich übrigens nicht, ne? Doch, das passt. Alles gut. Dann hast du woanders Gerste bekommen. Okay. Richtig. Ja. Äh, dann, wenn, was hast du noch dabei? Dann kannst du noch 30.000. Also ich habe noch einen Anhänger, habe ich noch frei. Ja, dann nimm doch Hafer einfach mit. Hafer nimm ich noch mit, okay. Gut. Ein Anhänger, 30.000 Liter hast du gesagt? Genau, ja. Gut. Ja, muss ich mir aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Genau. Sehr gut. So, ich habe jetzt mit 52.497.000 Liter. Ne, warte mal. Ja, ich schreibe einfach 100.000 Liter Gerste bei mir auf, also. Achso, ja. Gesamt. So, gesamt. Ja, ja, verstehe ich schon. Ja, ja, also. Und 30.000 Liter Hafer. Ja, super. Wunderbar. 70.000 kommen später. Die haben wir tatsächlich noch nicht komplett zusammen. Na, 50.000 habt ihr, glaube ich, schon. Äh, wir haben knapp 80.000, ja. Ja, jetzt weniger. Achso, ja, jetzt haben wir noch 50.000, ja. Genau. Ja, ja, aber mit der nächsten Ernte sieht es dann da auch besser aus. Achso, warte mal, Uwe. Noch eine kleine Sache. Ähm. So. Hm? Ich wollte mit einer großzügigen Geste ins Jahr starten. Damit habe ich das erfüllt. Somit geht es ja besser. Großzügig. Ja, hör mal, man muss auch die kleinen Dinge im Leben schätzen. Vielen, vielen Dank, wirklich. Ja, bitte, gerne. Also, soll ich auch mit einer großzügigen Geste starten? Weniger als 100 geht nicht. Ja. Ich habe es probiert. Ja. Okay, wir sind, ihr seid zu zweit, ne? Kauft euch jeder ein Eis und irgendwie, ne? Was für ein Eis? Eine Mago-Mega-Packung? Ja, geht schön essen, wie auch immer, lasst es euch gut gehen. Ja. Ja. Ja, verstehe ich schon. Ja, schön essen geht schlecht. Ja. Ist ja nichts, weißt du, null verdient und so. Im LS geht das noch, weißt du? Achso. Ja, ja, ja. Kauft euch unten ein paar frische Eier, keine Eier habt ihr selber. Die haben ja Eier, ne? Ja, schwierig. Kauft euch eine riesige Pfanne, macht ein großes Omnett aus den ganzen Kartons, die sie stapeln. Dann habt ihr auch das Gewichtsproblem auf der Bank nicht mehr. Das Gewichtsproblem auf, achso, ja, ne, verstehe ich. Ja. Du brauchst ja zufällig Mist, ne, ne? Ne, tatsächlich nicht. Wir haben so viel Mist rumliegen und wissen nicht, was tun damit. So, ein Mist aber auch. Ja, übersau ich nicht. Ne, ich sag's dir. Ne, tatsächlich, Mist brauchen wir nicht. Bleibt doch stehen. Aber danke fürs Angebot. Ja, kein Problem. Wir sind für euch da, kein Problem. Ja, super. Dann Männer. Nur zur Einschätzung so, könnte schon jetzt irgendwann Anfang des Jahres da Gewinner stehen und so, oder, ähm, auf was kann man sich einstellen? Sag du's mir. Bei uns? Nö, dumm, dumm. Wir arbeiten drauf hin. Ihr seid ja unser Lieferant. Achso. Na, das musst du mir sagen, weil wir gewinnen. Ah, ein paar Wochen noch, okay. Ein paar Wochen noch. Man soll doch, also man soll ja eigentlich aufhören, wenn's am schönsten ist, aber wir haben gesagt, wir würden uns gerne noch ein bisschen rauszögern. Was? Ich seh jetzt schon die Kommentare für diesen Kommentar, ne? Uwe, du hast letzten Montag schon entwickelt bekommen, ne? Also. Ja, hör mal, aber ich steh auch immer noch dazu, aber lass uns das Thema einfach später mal diskutieren, oder nicht? Sehr gerne, ja. Ja. Lässt einfach deine Kommentare. Das macht alles. Ey, hab ich, hab ich jenen Einzelnen gelesen? Aber nur bei den positiv gestimmten hat der Herzchen vergeben. Natürlich. Als du beobachtest. Ja, unbedingt. Ich hab versucht Herzchen zu geben, aber geht nicht auf deinem Kanal. Ja, schade, aber auch. Ja, schade, ja. Na ja, nächstes Mal vielleicht. Wär echt ärgerlich, ne? Aber hätte ich gern mal gesehen. So ein paar BG-Herzchen in meinen Kommentaren. Das wär geil, ja. Ja, nee, aber du, also, ne? Man muss auch einfach mal Statements setzen und auch mit den Konsequenzen leben können. Das kann ich, also. Weiß ich, weiß ich ja, weiß ich ja. Alles gut. Nee, wie gesagt, also wir sind jetzt weiter in der Ernte. Von daher kommt auf jeden Fall ein bisschen Hafer noch runter. Das sieht ganz, ganz gut aus. Und, äh, die Felder müssen halt jetzt pur, pur reif werden, ne? Aber dann sind wir guter Dinge. Hat mal jemand, einer von euch nach dem Silagebeiß geguckt? Nee, ne? Ach so. Wenn du so fragst, muss der super sein. Bei 552. Wird beim Landhandel verkaufen, ja? Ja, ich auch. Ich verkaufe auch beim Landhandel. Gut, dann sehen wir uns gleich beim Landhandel. Ja, super. Schönen Tag. Tschüss, Jun. Tschüss. Mach's gut. Tschö, tschö, tschö. Äh, um die Frage zu klären, Paul hat grad noch bestätigt, man braucht, äh, wirklich Hexelgut. Ah, okay. Äh, Alter, wir haben wirklich 250.000 Liter Silage, ne? Äh, ist der Preis wirklich? Ich hab grad nicht irgendwie... 552. Ist ganz akzeptabel. Mein Problem ist, ich überlege gerade, was ich machen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte jetzt mähen, aber... Haben, ähm, soll ich wirklich mähen, Boxer? Verkauf doch. Sagen wir, wir verkau... Äh, warte mal, warte mal, auf der 10 muss noch Unkraut gemacht werden. Ach so, jo, stimmt, das hab ich gesehen, ja. Warte, da muss ich mal hinlaufen. Ähm. Ist doch nicht reif. Ja, ich war mir nicht sicher, ob meine Synchro halt hakt oder nicht. Ich weiß nicht, ob das da schon reif ist. Weil plötzlich war auch Feld 8 bei mir reif. Ist doch gar nicht reif da, was, hä? Feld 8 ist gar nicht reif bei mir. Äh, doch, Feld 8 ist tatsächlich reif. Deswegen laufe ich einmal kurz hier rüber. Äh, ich hab natürlich die Info aus. Äh, bap, 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 fällt Info an. Es dürfte aber noch nicht reif sein. Äh, im Wachstum. So, okay, dann spritze ich schon nochmal ein bisschen. Ähm. Was bist du hier? Du bist Flüssigdünger. Ja, kacke. Den brauch ich gerade nicht. So. Ähm. Unten hatte ich gerade noch Dings. Wir müssen auch gucken. Wir haben noch ein... Ah. Vorwärts rückt das nicht an. Wir haben noch, äh, eine Palette Platz. Oder anderthalb Paletten Platz bei den Schafen. Da müssen wir nochmal ein Auge drauf haben. Okay. Dass wir da dann nochmal früh genug, äh, wieder weg, weg leeren. Das könnte ich zur Not auch gleich nochmal machen. Naja, Hafer kommt jetzt nicht so viel runter von dem Feld. Ja, aber es hilft uns halt, ne? Wie hoch bekommt jetzt Werner noch einen Hafer? Äh, 70.000 Liter. Ähm, wo habe ich den? Nee. Da habe ich den Unimog. So. Irgendwie leckt es heute ein bisschen mehr. Also, heute, heute, seit der Nacht gerade. Ich glaube, ich bin noch voll in dieser kompletten Synchro drin für die ganze Karte. Und merke es gerade so ein bisschen. Denn ab und an huppelt und zuppelt es mal. So. Ja, ich fahre einmal jetzt hoch zu Feld 7 Boxer. Hau da mal schnell Pflanzenschutzmittel drauf und dann gib ihm. Das scherz sich doch gut an. Ach, nein. Weißt du, eben am Baum komme ich vorbei und jetzt nehme ich hier das Scheuenturm mit. So, du könntest danach tatsächlich dann, wie gesagt, hoch zur Acht fahren. Die ist auch schon reif. 35, die ist dann nicht reif. Ähm, es sieht nicht danach aus. Glaub nicht. Aber vielleicht täuscht der Schein auch nur. Aber ich glaube nicht. Ich gucke gerne gleich nochmal auf der Karte, aber... Wird sagen nein. Uah. Komm, dann fahren wir hier lang. Der Unimog wurde gerade andere Wege fahren als ich. Da muss man auch einfach mal nachgeben, ne. So. Klapp auf. Zap. Boah, diese Spritze ist aber auch einfach ein Gigant, ne. Mit den 40 Metern. Das hört sich doch gut an. Ach, gehst du jetzt da rein, bitte. Was will der nicht? Das Getreide soll nicht schön anhängen, jetzt aber. Ah, okay. Ja, das sind ungefähr 14.000 Liter Hafer. Ja, aber komm, 14.000 Liter Hafer haben oder nicht haben, ist auch schon nicht schlecht. Ja, ein bisschen weniger. Haben wir den Düngerstreuer schon zurückgebracht? Ne, noch nicht. Okay, dann müssen wir das nochmal machen. Ja. Gut, aber nicht in dieser Folge, vielleicht in der zweiten, wenn ihr mögt, um 16 Uhr zu einer weiteren Folge hier bei uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.